Tudor hat neben der genialen Black Bay Pro eine weitere GMT-Uhr vorgestellt bei der Watches & Wonders 2022. Und zwar die Black Bay GMT S&G. In 2018 hat Tudor die GMT bereits in der wunderschönen Blau-Rot Kombination vorgestellt. Diese hat mich persönlich so beeindruckt, dass ich selbst zugeschlagen habe und die Uhr in meiner Sammlung hinzugefügt habe. In diesem Video will ich ein wenig auf das Trageerlebnis der Tudor Black Bay GMT eingehen und die beiden Modelle miteinander vergleichen. Bevor es losgeht, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, wenn ihr auf feine mechanische Zeitmesser steht und mit uns gemeinsam die Welt der Luxusuhren entdecken möchtet. Die Black Bay zeichnet sich durch eine gelungene Kombination aus Vintage-Flair und moderner Technologie aus. Die charakteristischen Elemente der Black Bay sind in der Geschichte von Tudor fest verankert. Sie übernimmt die allgemeine Linienführung sowie das gewölbte Ziffernblatt und Uhrglas von den ersten Tudor-Taucheruhren. Die Modelle verfügen über die markante Aufzugskrone der Referenz 7924 von 1958, auch als Big Crown bekannt. Zudem greifen die Black Bay Uhren die charakteristischen eckigen Snowflake-Zeiger der Uhren, die in den 1970er Jahren an die französische Marine geliefert wurden, auf. Beide Elemente finden wir auch in den GMT-Modellen der Black Bay-Kollektion wieder. Die große Aufzugskrone hat keine Schützer und ist mit der Tudor-Rose verziert. Sie lässt sich hervorragend bedienen. Sowohl die Größe, aber auch die Struktur ist griffig, aber trotzdem fein verarbeitet. Gleiches gilt für die Lionette. Sie hat eine sehr feine Riffelung an der Seite und lässt sich dadurch in beide Richtungen in 48 Klicks drehen. Das Gehäuse der Black Bay GMT ist 200 Meter wasserdicht, misst 41 Millimeter im Durchmesser, 15 Millimeter in der Höhe und ca. 50 Millimeter von Horn zu Horn. Die Hörner sind dabei bei beiden Modellen gebürstet und die Flanken poliert. Während das bisherige Modell mit dem durchgehenden Stahl-Look und dunklen Burgundi-Rot- sowie Blautönen eine kühlere Farbkombination hat, greift die neue GMT-SNG eher warme Töne auf. Der Lünettenring sowie die Krone bestehen aus Gelbgold, der Zeigersatz und auch die Schriftzüge sind in Goldtönen gehalten. Zudem bekommt die Uhr ihren Vintage-Geist durch die goldenen Umrandung der cremefarbenen Leuchtindizes und der dazu passenden Datumsscheibe mit leichter Patina. Sehr stimmiger Look, den Tudor hier eingeführt hat. Bei dem Modell von 2018 hat Tudor sich für einen andersfarbigen GMT-Zeiger in Rot entschieden. Bei der GMT-SNG wurde darauf verzichtet. Das macht den Gesamtlook harmonischer. Der GMT-Zeiger umrundet übrigens das Ziffernblatt einmal in 24 Stunden und dient zur Zeitmessung in der Heimatzeitzone. Die Lünette, zum Ablesen, hat eine schwarze und eine braune Aufteilung. Braun steht dabei für die Tages- und schwarz für die Nachtstunden. Solltet ihr im Laufe dieses Videos ein Will-Haben-Gefühl entwickelt haben, dann helfen wir bei Altair euch sehr gerne persönlich weiter. Den unkomplizierten Kontakt könnt ihr in der Videobeschreibung ganz einfach starten. Dank des 2018 eingeführten GMT-Manufakturkalibers kann man die Lokalzeit bei der Black Bay GMT unkompliziert stundenweise verstellen. Eine sogenannte springende Stunde. Die Minuten und Sekunden laufen quasi einfach weiter und müssen nicht neu gestellt werden. Auch das Datum auf 3 Uhr spielt mit und springt sofort. Sowohl hin als auch zurück. Das heißt, das ist echt praktisch, weil viele Werke können das Datum ja nur vorwärts verstellen und nicht rückwärts, wenn man mit der springenden Stunde zurückgeht. Bei dem Werk handelt es sich um das MT-5652 mit CUSC-Chronometer-Zertifizierung und gewohnter Tudor-Qualität mit den wochenendsicheren 70 Stunden Gangreserve. Auch wenn man das Uhrwerk bei der Black Bay GMT nicht sieht, ist es gut zu wissen, dass die Unruhe von einer Brücke gehalten wird und mit einer amagnetischen Silizium-Spiralfeder ausgestattet ist. Das macht das Werk insgesamt sehr zuverlässig und den Träger wunschlos glücklich. Die alte Black Bay GMT an meinem Handgelenk wird Tudor-typisch am vernieteten satinierten Stahlband mit Faltschließe, einem hochwertigen Lederband mit Edelstahl-Faltschließe oder dem farbig abgestimmten Jacquard-Textilband mit Dornschließe angeboten. Gleiches gilt für die neue SNG. Das Stahlband wird allerdings durch die Mittelglieder aus Gelb-Gold aufgewertet und dem Look der Uhr angepasst. Das Lederband ist etwas dunkler und hat sehr schöne Kontrastnähte. Die Varianten am Leder und am Textilband kosten 4.020 Euro und die Stahl-Gold Kombination kostet 5.190 Euro. Die rot-blaue Black Bay GMT kostet am Leder und am Textilband 3.580 Euro und am satinierten Stahlband 3.870 Euro. Ich bin mit meinem 18 cm Handgelenksumfang seit knapp einem halben Jahr wirklich begeisterter Tudor Black Bay GMT-Träger und freue mich, dass Tudor diese schöne Uhr nun auch für Bicolor-Fans aufgelegt hat. Wie sieht's bei euch aus? Welches der beiden Designs gefällt euch am besten? Schreibt's in die Kommentare, lasst uns die Diskussion dort fortführen. Ich freue mich sehr über ein Like, über ein Abo und hoffe, dass wir uns in den Kommentaren lesen. Vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut bis dann, euer Benedikt. Bis zum nächsten Mal.